Hallo und herzlich willkommen zu unserem Workshop BigWrap. Um einen der BigWrap Drucker von uns zu programmieren benötigt ihr die Software BigWrap Blade. Die könnt ihr euch kostenlos aus dem Internet herunterladen. So wie ihr Blade installiert habt oder bei uns an einem Rechner gestartet habt seht ihr diese Maske. Oben links könnt ihr dann den Drucker auswählen. Ich habe jetzt erst mal bei dem BigWrap One angefangen. Da kommt es halt darauf an ob ihr den BigWrap One oder den Studio bei uns im Lab benutzen wollt. Ihr könnt dann wie bei einem anderen Slicer auch entweder per Drag & Drop die SCL oder 3MF Datei hineinladen oder halt oben links neben dem Auswahlfenster für den Drucker halt in dem Ordner Symbol eure Datei auswählen und öffnen. Dann könnt ihr einfach das Teil mit der Maus so positionieren wie ihr das mögt. Ihr müsst halt darauf achten dass halt bei dem BigWrap One in der Mitte eine Kante ist. Die sieht man dann später auch im Druck in der Unterfläche. Genau deswegen habe ich das jetzt auf die linke Seite versetzt so dass man halt keine Kante sieht. Auf der linken Seite die Leiste ist halt wie bei Cura oder bei Stratos. Da könnt ihr dann das Bauteil noch drehen oder vergrößern. Wenn ihr dann das Bauteil richtig positioniert habt und auch richtig eingestellt habt alles, könnt ihr oben rechts eure Druckprofile auswählen. Die sind schon sehr gut von BigWrap vorgefertigt. Ihr könnt dann in der Mitte oben in der Leiste das Material noch auswählen. Das beeinflusst dann auch nochmal die Profile. Zudem könnt ihr in dem oberen Reiter in der Mitte noch die Extruder an und abwählen. Ich mache das immer so den Extruder den ich nicht brauche. Den deaktiviere ich und damit wird halt die Einstellung für den Extruder für das Stützmaterial und für das Brim oder Skirt, je nachdem was ihr auswählt, halt gleich mit automatisch überschrieben. Heißt ihr müsst euch darüber keinen Kopf mehr machen, dass er dann mit dem falschen Extruder auf einmal anfängt zu drucken. Wenn ihr den Extruder dann nochmal wechseln solltet, dann kann das halt passieren, dass Blade das Teil erstmal als nicht druckbar einstuft, da er denkt, er kann das halt nicht mehr drucken mit dem Extruder. Dazu müsst ihr dann einfach mit Rechtsklick auf das Bauteil den passenden Extruder noch auswählen. Eine Besonderheit von BigWrap Blade ist der sogenannte Mixed Mode. Den können wir unter Sonderfunktionen einstellen. Dafür habe ich nochmal ein Beispiel aufgenommen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Wenn dann alles soweit richtig eingestellt ist von den Daten, könnt ihr einfach unten rechts auf den Button Slice drücken. Dann wird der G-Code erstellt. Und wenn dieser fertig kompiliert wurde, könnt ihr den einfach auf einen USB-Stick der BigWrap-Brucker ziehen und dann an dem direkt starten. Ihr habt vorher noch die Möglichkeit, auf dem Vorschau-Button euch einmal die Verfahrwege anzuschauen, um so nochmal sicherzustellen, dass auch alles richtig angenommen wurde von der SCL-Datei. Wenn die Vorschau fertig geladen ist, können wir jetzt einmal sehen, wie die Schichten sich verteilen. Wir haben dazu auf der rechten Seite den Slider und können so jede Schicht einzeln uns angucken. Hier sehen wir jetzt einmal, wie das Infeld denn aussieht und ob das halt für uns genug ist. Das müssen wir halt gucken, je nach Anwendungsfall, ob es stabil genug ist. Zudem sehen wir noch das Stützmaterial, wo und wie das platziert wurde. Hier zeige ich euch einmal, wie der Mixed Mode funktioniert. Dazu geht ihr jetzt einmal bei Erweiterung auf Batch Printing und dann auf den ersten Punkt. Dann ordnet Blade automatisch die Bauteile so an, dass er die am besten drucken kann. Dann ist halt nochmal wichtig, dass ihr den Mixed Mode auswählt bei Sonderfunktion. Und wann ihr dann die Teile einmal sliced. Dann sehen wir jetzt auch in der Vorschau, wie die alle nacheinander gedruckt werden. Hier sehen wir jetzt einmal den Big Rep Studio, der bei uns oben im WinLab steht. Wir haben auf der rechten Seite haben wir den roten Einschalter. Den könnt ihr dann einfach einmal rumdrehen. Dann fährt er von alleine hoch. Dann könnt ihr einfach auf die andere Seite zum Bedienenpanel gehen. Da könnt ihr dann auch gleich den USB-Stick reinstecken, wo ihr das Programm draufgezogen habt. Dann ist es halt wichtig, erstmal die erste Meldung wegzuklicken, da das von Linux direkt der Dateiöffner ist. Wichtig ist halt, dass ihr direkt über die Blade-Software das Programm auswählt und dann halt in die Software hochlädt. Dann könnt ihr mit dem Play-Button direkt das Programm auswählen und starten. Dann einfach nochmal die Fehlermeldung ignorieren oder bestätigen, dass wir ohne Filamentsensor bei diesem Drucker drucken. So wie der Druckauftrag gestartet wurde, heizt der Drucker auf. Das können wir nochmal sehen bei dem Temperatur-Icon. Da sehen wir dann auch, wann die Temperatur erreicht ist und wissen somit, wann der Drucker beginnt zu drucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare oder kommt einfach Mittwochs bei uns ins Lab. Bis dahin, ciao.